So, das Abenteuer King Caillou beginnt für Lara und Eric. Wir müssen schon mal aus dem Auto raus, weil die Brücke ist nicht mehr so ganz stabil und wir haben viel geladen für die nächste Woche und Petro versucht mit dem Auto das locker zu meistern. Hoffentlich müssen wir ihn nicht retten, aber er kennt sich aus auf der Brücke und wir haben es geschafft. So, jetzt geht es weiter nach King Caillou und wir freuen uns schon drauf. Ja, ganz toll.